Willkommen zurück bei Dark Souls 3 und wahrscheinlich will das einer der schwersten Bosse sein und zugleich einer der einfachsten. Hoffe ich jetzt mal. Auf jeden Fall, oh ich hätte vielleicht noch eine Sekunde warten sollen. Gefällt mir die Idee, seinen Kopf treffen zu müssen, damit man ihm ordentlich Damage macht. Und muss man sich nämlich seinem Reiter da quasi ausliefern. Nein, wieso hittet mich das? Jetzt kommt der Angecharpt. Jo, bleib hier. Was wird das? Das hat er ja vorher noch gar nicht gemacht. Okay. Aua. Aua. Au. Und rip. Also ich sag dir, man muss sich den Reiter quasi zum Fraß vorwerfen, um Damage zu machen. Und ganz wichtig ist es, diesem Feuerball auszuweichen. Denn, äh, das ist der alte Drache, der uralte Drache in einem Griff. Der ist richtig, richtig böse. Moment, wenn du von da kommst, hast du vor allem den gleich mal. Jetzt müsste... Genau, Feuerball kommen. Fuck it. Der Kopf bleibt nicht stehen. No. Okay. Oh, jetzt kommt's. Ne, kommt's nicht. Doch, kommt! Feuerball, oder? Feuerball? Feuerball. Frag, ich bin voll drin. Nein. Nein. So nicht. So ist nicht gut. Na, warum machst du jetzt den Kopf nach oben? Nein. Fuck you. Ein Treffer. Und er ist down. Ist er down? Ist er down? Es könnte auch eine Phase 2 geben. Ja, wird's geben. Der Reiter kommt nämlich noch. Er ist sauer. Ähm. The fuck?! Alles klar, der rippt mich jetzt instant. Holy moly. Ja, ja, ist schon okay. Okay. Der namenlose... Oh nein. Oh nein. Oh nein. Von dem hab ich ganz böse Geschichten gehört. Oh fuck. Name this king. Oh no. Okay, das wird... Das wird... Das wird... Das wird ein Bossfight. Der wird länger dauern als... Die Watcher. Das sag ich euch jetzt schon. Der Bossfight wird lange dauern. Vor allem jetzt kommt der Drache wieder neu, ne? Oh nein. Oh nein. Nein, wieso gehst du jetzt... Daneben. Au. Und rip. Oder auch noch nicht rip. Der macht die ganze Zeit den Kopf nach oben und nach unten. Überall. Feuerball. Ja, Feuerball. Gegen Feuerball hat man keine Chance. Wird tatsächlich immer ganz cool, wenn die Bosse nicht alle immer so... Ich bin voll drin. Ich... Also... Mann! Es wäre halt ganz cool, wenn die Bosse mal nicht... den... gesamten Bildschirm einnehmen würden. Was sie alle tun. Das ist, äh Leider Ziemlich scheiße Oh man Fick dich Boah, ich krieg sie Jetzt Was soll denn das Ey, du könntest Irgendwas machen Was ist Was ist das? Was ist das? Okay, einmal versuchen wir es noch. Dann habe ich nämlich glaube ich für heute keinen Bock mehr. Nein, können wir noch. Ach, ja. So, jetzt fliegt er jetzt wieder rüber. Jetzt treffe ich den verkackten Drachen wieder nicht. Jetzt haut er mir einen rein und jetzt werde ich ihn rippen. Die Kombo ist total OP. Okay. Ach klar, soviel zu dem. Wir werden in dieser und nächster Session fertig. Warte mal, er ist doch der King of Stürme, ne? Was hältst du denn vom Sturmherrscher? Das interessiert mich. Oh. Oh. Okay, jetzt landest du, ja? Gar nichts. Gar nichts hält er davon. Alles klar. Schwerchen. Wo ist mein verkacktes Schwert? Ich werde sterben. Ähm. Fuck. Feuerball incoming. Schwertwechsel. Nein, das ist das Falsche. Da ist es. So. Komm schon. Wie soll ich dem denn ausweichen? Aua. 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 Ich hab's erst einmal in die zweite Phase geschafft, wa? Fuck it. Häh? Oh, man kann den. Ich seh nix Oh ja, Feuer Grab Grab me Okay Also man kann ihn staggern Mit genug Damage auf den Kopf auf einmal Das ist gut zu wissen Ja, ist okay Erstmal ganz nett, du Grüßen Oh nein, brücke das Aua Alter Was zum Ich hab absolut keine Chance gegen den Alles klar, das war's Das war's Und das war's auch für die Folge Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Bis dahin, haut rein Amen Das war's